Ein Albtraum nimmt kein Ende. Lüneburg. Ein Sadist verteilt menschliche Körperteile. Er foltert qualvoll in diesem Moment. Katharina von Hagemanns zweiter Fall lässt in die Abgründe menschlicher Seelen blicken. Schafft sie es, den Folterer zu stoppen? Im Ende wohnt stets ein Anfang. Heidegrab, der zweite Lüneburg-Krimi von Kathrin Hanke und Claudia Kröger. Erschienen im Gmeiner Verlag.